so herzlich willkommen zu einem weiteren video mit CSGO mit mir und mit LoneGhost aber bevor ich jetzt die Aufwärmphase komplett ausnutze um mich gegen Hacker aufzuregen klein nehmen wir von euch geht in den Kommentarbereich klickt auf den Link zu Instant Gaming ihr erschützt mich damit ihr erschützt mich damit ihr erschützt euer eigen Geldbeutel damit wer ist denn da mal ein ich hab Spaß im Video egal beim Spielzeug keinen Spaß aber ihr habt Spaß im Zusehen der ist Mitte 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 ich flash dir Achtung flash kommt vielleicht aber dieses vielleicht ist sehr sehr groß weil die corner ist ziemlich tief also vielleicht sie hat ja voll vorbei geschossen und nicht direkt auf mich drauf nein okay ciao okay this is strange meinst du lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ne meinst du lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ne ja auch okay let's go scheiße nein aber trotzdem also ich stand da jetzt gerade zum ersten ja gut sie sind auch das erste mal da gekommen aber ich hab ich stand hinter der wall also hinter dem Holz und er hat mir einen OneTap gegeben er hat mir einfach einen OneTap gegeben er hat Ultra Bock gehabt nicht ja okay die wissen schon ziemlich sehr genau was sie machen auf jeden fall der schmitte ja ist direkt wieder abgezielt smoke bitte beide beide mitte und einer guckt die smoke alter kommt jetzt auch der war nice der war nice aber ich habe es ähnlich also entweder haben die abo auf mich oder sie wissen sehr viel so ich habe endlich kein 007 der war nötig der war wichtig der war wichtig das ist so das sieht also sie sind echt strange aus die sehen echt strange aus sorry aber das ist einfach so ich bin wieder mitte ja durch die wand ich habe die arme weg ach so ja stimmt ja habe ich ja da denke ich nicht nicht echt dann hätte ich jetzt ein abzug bekommen wollen oder das ist ja nicht toxisch das ist ja einfach guck mal nein die dominieren uns so hart und dann muss es halt mal raus ja wenn ich hier hingehe ich bin ein bisschen das ist ja nicht so ob ich das mache ich habe ich habe ich habe ich habe das ... in der die einer ist Holz wo ist gelegt wir haben doch bock darauf kommt vor allem auf der anderen seite 12 und der vier oben direkt Buss, btw. Der Stiming! Hast du komm'n? 11 Schade Kritisch, auf jeden Fall kritisch Muss man so sagen Er kommt runter Er ist schon da Er ist schon da Er ist schon da diese nicht lieben ist es einfach die sind nicht so ganz clean glaube ich ok nein nein das sind so auch wieder gold 1 gold 2 sowas ja das ist ja